Servus liebe World of Warcraft Freunde Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal heute mit einem etwas anderen Video und zwar ist das so ein kleiner Mischmasch würde ich es jetzt mal nennen ich bin unterwegs mit meinem Hunter den ich in der Season 2 Challenge beziehungsweise den ihr für die Season 2 Challenge gewählt habt auf meinem Zweitkanal G6 Plus Link dazu in der Video Beschreibung gerne folgen wenn ihr noch nicht habt da geht es einfach darum dass ich versuche mit dem Survival Hunter den Keystone Hero Titel zu bekommen und in diesem Video will ich was austesten zum einen Sarkareth hat im LFR jetzt geöffnet ich möchte testen wie schlimm oder nicht schlimm ist dieser Boss denn im LFR LFR heißt also wie lange brauchen wir da es ja auch immer gewisse Vorurteile gegenüber dem LFR gibt zum anderen dachte ich mir aber auch es soll auch nicht so wirken nach dem Motto ich will den LFR komplett runterziehen dementsprechend will ich anhand dieses Videos ein bisschen durchgehen was ihr beachten müsst da ich mich ja auch schon mal beschwert habe die Leute gehen in den LFR und haben keine Ahnung was sie tun müssen also würde ich sagen geben mir in dem Video ein paar Tipps was ihr hier machen müsst damit der Kampf erfolgreich wird also ihr habt die Fähigkeit Glimmerwoge da könnt ihr nichts gegen machen das ist einfach nur stabiler Raid Schaden der da reinkommt ähm lässt sich nichts gegen machen dieses tyrannisierende Heulen knockt euch nach hinten da einfach aufpassen dass ihr nicht an der Kante steht sonst könnt ihr da runterfallen Massendesintegration ähm ja äh ein Spiel oder mehrere Spieler werden anvisiert von diesen Pfeilen da im Idealfall nicht drinstehen genauso wenig wie im Atem denn ähm es oder sagen wir es mal so ihr dürft nicht die ganze Zeit drinstehen aber ihr müsst einmal in so eine Fähigkeit rein dippen damit ihr diese Fähigkeit hier los werdet tyrannisierendes Heulen ich weiß jetzt nicht wie es im LFR ist äh auf Normal stirbt man glaube ich damit oder auch auf Hero ähm ihr habt es jetzt gesehen ich stand in der Desintegration drin jetzt ist mein Debuff weg und äh alles ist Gucci also es ist wichtig dass man diesen Debuff los wird bevor die zweite Phase beginnt und das passiert bei 65% ähm oder ich glaube nach 2 Minuten eins von beiden dann kastet der Boss diese Glimmerwoge und fertig dazu gibt es ab und zu diese Bomben da einfach nicht drinstehen relativ selbsterklärend und jetzt beginnt dann die Zwischenphase ähm da könnt ihr nichts gegen machen ihr stackt hier automatisch mit Auslöschung hoch bei 10 Stacks kommt ihr in so eine untere Welt hier könnt ihr 10 dieser kleinen Partikelchen einsammeln dadurch kriegt ihr nämlich mehr Haste 5% pro Stack um um wieder nach oben zu kommen müsst ihr diese 3 großen Flächen einsammeln ihr habt nicht unendlich Zeit äh insgesamt sind es glaube ich 30 Sekunden wenn ihr dann wieder oben seid habt ihr einen sehr sehr netten Haste Buff der es euch einfacher macht äh für einen kurzen Moment Schaden zu verursachen die wichtigste Fähigkeit in dieser Phase ist eigentlich das hier diese leeren Bombe die darf im Idealfall nicht oben explodieren das ist jetzt hier diese Fläche die ihr da gesehen habt ähm ich muss damit runter gehen und dafür muss ich wieder 10 Stacks von Auslöschung sammeln und das könnt ihr machen beispielsweise indem ihr in diese großen Flächen rein geht wie ich es da gerade gemacht habe oder manchmal gibt es auch so kleine Swirlies auf dem Boden auf LFR ist es ehrlich gesagt ziemlich egal was ihr nehmt dann wartet ihr unten bis die Bombe explodiert ist und dann könnt ihr wieder hoch gehen fertig ist die Geschichte eine wichtige Fähigkeit ist noch dieser Atem nicht da drin stehen wo der Boss hin breathed und danach spawnen 5 Ads die müsst ihr töten und die sollten dann auch Fokus Damage bekommen nach Möglichkeit kickt sie dass ihre Casts nicht durchkommen aber die wurden auch im Vergleich zum Normal bzw. HC Modus um einiges abgeschwächt bei 40% geht der Boss dann in Phase 3 und das ist dann tatsächlich die trickieste Phase der Tank hat immer diesen großen Kreis um sich der Aktive ähm oder irgendwann damit unbedingt rausgehen aus dem Raid und nicht die Leute sprengen dann gibt es hier so ein Pushback der fällt aber auch auf LFR deutlich schwächer aus und dann beginnt die nächste Phase ihr habt ein Hillabsorb drauf einfach wegheilen und dann dieses Aufstieg da alle rauslaufen das bornt wieder so ein paar Ads und die dann umpölen jetzt müsste ein Spieler mit einer Bombe belegt werden da weiß ich aber nicht ob das auf LFR so ist es sieht nicht so aus damit musste man nämlich dann auf Normal und HC rausgehen auch hier gibt es die Bomben die vom Himmel fallen und die gesoakt werden müssen und dann runtergebracht werden müssen oder ne scheinbar haben sie die auch weggenommen so wie es aussieht oder ne haben sie nicht also da habt ihr gerade gesehen da ist einer explodiert und bei dieser Fähigkeit müsst ihr extrem aufpassen vernichtende Ewigkeit da müsst ihr euch hinter einen dieser Steine stellen das seht ihr auch anhand dieser Streifen die davon weggehen dann kriegt ihr keinen Schaden davon das ist super super wichtig und ihr habt diese blauen Swirlies die ihr hier seht hier wo ich hüpfe wenn ihr eine Bombe habt also die vom Himmel gefallen ist stellt euch in diese blauen Swirlies dann kriegt ihr 5 Stacks vom Auslöschung Debuff bei 10 Stacks kommt ihr in diese ähm unten Welt möchte ich es jetzt mal nennen und da könnt ihr die Bombe dann safe explodieren lassen das ist das wichtigste auf LFR habt ihr ja eben gesehen da ist eine hochgegangen kann man das überleben aber falls ihr mal normal oder HC gehen wollt gewöhnt es euch an die Fähigkeit richtig zu spielen da ihr ansonsten dort wipen werdet wenn da oben eine Bombe hoch geht zu sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit und ja das wiederholt sich jetzt so lange bis der Boss auf 0 geht seht es mir nach wenn ich jetzt nicht so sauber gespielt habe meine Rota zumindest ich habe versucht on the fly weil die Timer im LFR sind halt auch immer ein bisschen anders als auf normal und HC haben versucht on the fly das ganze zu erklären da habe ich mich auf andere Sachen dann konzentriert hier wieder schön verstecken oh pf Glück gehabt das ist äh ein bisschen doof normalerweise spawnen diese Flächen diese Felsen auf einem Spieler deswegen solltet ihr da nicht unbedingt direkt am Rand stehen äh weil sonst passiert das was wir gerade gesehen haben und ihr werdet nach Möglichkeit nach hinten genockt am Ende ist der Boss down es war tatsächlich nicht die Vollkatastrophe die ich erwartet hätte ähm was ihr jetzt halt hier habt ihr könnt habe ich es drin? nein habe ich nicht theoretisch könnt ihr hier diese ähm wie heißt sie diese Kugellooten dieses Omnitoken das ist dann tatsächlich auch bei euch direkt drinnen hier in dem Ding und nicht im allgemeinen Loot Table jetzt gucken wir mal das Ding brauche ich nicht den Stab brauche ich auch nicht auch nicht ich glaube das Trinket ist tatsächlich ganz gut für Hunter meine ich bin mir nicht sicher wir rollen einfach mal drauf hab es eh nicht gekriegt nice oh mit einer 91 nicht bekommen das ist ein Ripp ähm aber ja das war letzten Endes der Fight es gab schon schwerere Endbosse aber es ist wichtig auch auf LFR die Fähigkeiten ähm richtig zu spielen ihr habt es ja gesehen also hinten raus sind doch sehr sehr viele Leute gestorben und hätten wir hier niemanden drin gehabt der weiß wie die Bosse gehen oder der Boss geht wäre das mit Sicherheit auch ein Vibe gewesen aber gut ist ja nicht so schlimm es hat funktioniert damit danke an euch fürs Zusehen ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen wenn dem so ist auf jeden Fall den Kanal abonnieren falls ihr es noch nicht getan habt damit helft ihr mir enormst weiter und ja ich würde sagen danke an euch bis zum nächsten Video reingehauen bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.